Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Das Böse ist immer und überall. Hier guck ich schenk dir ein Teddy, wenn er mich nicht angreist. Ich bin's doch, nimm sie, yeah. Er macht echt einen Überfall. Wie er sieht halt dein Finger da, also ein Finger da mit dir drin bohrt. Und verschämt. Was hat er mir jetzt geklaut? Sieht man das? Meine Unschuld. Samenraub, psychischer Sauer, Samenraub. Das war's mit meiner Unschuld. Red Nox. Mach Nox, das war so ein schönes Spiel. Kennst du das? So ein relativ altes Rollenspiel, glaube ich, ist das gewesen. Von Westwood Studios. Gibt's den noch? Den gibt's glaube ich nimmer, gell? Gute frage ich. Sag's dir gleich. Nein, ich hab mir doch alles getan. Gibt's den Abend. Na Gott, scheiß Leiter. Geh doch hoch. Oder muss man da genau auf die Öffnung treffen? Uh, Billy und Silly. Im Paarflug. Oh oh. Oh oh. Nooo. ICQ-Geräusch. Wer kennt's noch? wie zilli sich ärgert so bevor Whatsapp und die ganzen Dinge kamen so kann ich ich probier's das oben steht gar keiner oder? ah doch Popsi der alte Poppa-Punker ich glaub dass ich mir jetzt Millie mit runter hau aber ne geht nicht da kann man nicht runter hauen hä wo ist der hängen blieben? man kann nicht runter hauen das ist geschlossen rechts ja hhh hhhhhh 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 Tunnel Geräusche ich muss auf jeden Fall mal weg von hier hhhhhh ne bleibt doch da und tschüss warum riecht die Stange denn so? warum hauen die da lab? oben ist oben ist nur Popsi das ist eigentlich auch schon wieder gemein du hast mir mein naaaah mein lass geklaut was ich gerade machen wollte beschiss warte ein ufo was denn hhhhhh was denn da gibts halt sowas da hhhhhh 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 eine invertierte Steuerung anscheinend wie das blöde Superschaf also ist es da invertiert? ja na na ist ja langweilig mach mal sowas da das zwirbelt ein bisschen mehr wumms oah voll in die Fresse, das tat wie Harry voll in die Fresse wer war Harry? Harry war Plotter? der Kleiner Marv und Harry Plotter achso, der von Kevin hat allein so aus klingt da ein das kennt ja auch heute keiner mehr der Schauspieler lebt denn noch? das wird doch auch so ein Drogenkindopfer dann oder? ja, er lebt doch ja, er lebt doch ne, komm ja nicht her ne, geh weg ne, wie er guckt ne ne, komm runter, aber nicht so weit oben eaaaaaahhh, schmutz mir eigentlich dein Zeug in die Fresse hh-h-h-h Ass auf! Störbleckschnitte! Schnitte! Schmitte! Schmitte! Schade, das sind tollen Arbeiten! Wer kann jetzt erstmal halt einsammeln? Ja, recht. Der wird vermutlich bis zum Ende unverletzt bleiben. Ja, natürlich! Ich will einen weiten Sprung machen. Ob ist es mir davon nicht gegangen? Ja, da merkt man halt den Skill-Unterschied! Scheiße! Hey! Boah! Hat das geklappt? Not bad! Jetzt noch weiterspringen! Da! Wenn es an der Stelle jetzt noch wo... am dünnsten ist, da kannst du noch gut durch mich schießen und dann... muss ich wegrotzen. Na, mach, los, 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 los! Hier gefällt's mir! Achso, ich könnte jetzt mit der Wurmauswahn noch einen anderen nehmen? Naja. Am nächsten Mal. Naja, beim nächsten Mal übertreiben wir dann so. Für die Runde habe ich genug fertig. No! Jetzt gibt's Vanilli! Ich werde noch ahnen, wo Mummwetter nimmt. Wer hast du gesagt ist heute Match-Winner? Quilly? Die Hopps! Ja, jetzt einfach drauf, Simon, volle Kanne! Oh Gott! Diese Kopie! Diese Kopierer! Weißt du? Ah, schön, geif schwarz! Weiß dran, der da? Hm. Hm. Der hat das da. Da hat sogar zwei davon. Warum nur? Na, Arsch! Ah. Wissen wir das auch? Ich komme! Nein! Nice. Galoppiert das unendlich lang, oder wie? Ist das gar nicht zeitgegrenzt? Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwann der Countdown kommt. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, okay. Tag. Beweg dich nicht. Nee, du bewegst dich. Alles nur, beweg dich nicht. Was ist, wenn ich den Elektromagneten verwende? Spiel jetzt nicht retten ganz. Ja. Und jetzt? Was ist das jetzt? Hä? Hä? Ich kann mich auch nicht bewegen. Das wird gleich eine spannende Sache. Entweder es wirbelt vor der Kanne, oder nicht. Ein geiler Effekt, der Mann auf jeden Fall. Piu, Piu. Oh je. Das könnte schlecht fürs Rattengift sein. Gut, dass er die Mine nicht auslöst. Boah. Da ist er vergiftet. Was ist denn das jetzt? Da gibt es ja vergiften. Okay, ist aber nicht grün umrandet. Ist es jetzt da 5 Schaden pro Runde, oder wie? Schauen wir mal. So Simon. So, ich probiere den nächsten Schwachsinn. Ich bin bewegt. Das war ein Schwachsinn. Vor allem, wenn ich ihn in die Fresse kriege. Simon, eigentlich wird der Lekkinese die Getting Gun bekommen. Ich habe gedacht, das geht vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie man den Leiter zum Explodieren bringen kann. Ja so, vermutlich. Voll drauf. Das war nicht voll drauf, das war für mich voll drauf. Ja, sie verliert. Wie viel? 5. Dabei ist doch nur der Bart angekugelt. Angesaut. Nooo, silly. Silly wird baden gehen. Wo steht er denn da? Ey, O-Mannschaft. Jesus, silly. Jesus, silly. Ah, dann lassen wir uns nicht hier fallen, ja. Ja, bleibe Wasser. Fuck. Boah, die Physik-Effekte da drinnen. Nice. Mah, die Leckschnecke kann sich nicht entscheiden, ob sie unter Wasser ist oder nicht. Will ich also laufen oder nicht? Kann ich schwimmen oder nicht? Mein Kopf ist ja schön draußen. Weißt du, grad so kurz blauer unterlegt warst. Weil es grad so schön war davor. Ach, raus. Und jetzt drücken. Warten, warten, jetzt. Ja, ja, guck auf ihn, guuuuut. Gut, 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 gut. Jetzt gibt's nochmal einen schönen Bums. Oh Gott, sie gett den kann. Und, lebt sie noch? Lebt sie noch? Lebt sie noch? Steht's noch? Was da? Nein, shit. Ah! Ja, der klickt da oben auf der Kisten. Sag ich eh bezig, bei mir ist der einzige Boom ganz unten. Ups. So, ich bin jetzt bald komplett in der Mitte. Und oben ist halt nur Popsi. Aber bestimmt soll ich meine Strategie nicht denn. Alles ist gut, alles ist fair. Ja. Weck da. Fetter Wurm. Glück auf fetter Hulk Wurm. Und jetzt, ja, lauf weiter, los komm. Na mach. Tolli. Hm. Habt ihr schon mal auf die Mine schießen, die putzelt dann runter und explodiert's. Und zündet den Leiter an. Boah, shit. Boah, alter Schwede. Was hab ich schön gemacht? 70 Schaden. Boah, ich dachte schon, wenn die Antopels fliegt, der drunter. Ui. War ein bisschen anders geplant. Das war jetzt heftig, ja. So wie die Bombe in der Runde da vorne ist auch so abortig explodiert. Ach komm, schieß lieber auf Benuzzi. Sei ein Mann und schieß auf Benuzzi. Ja, er schießt auf beide. Ob ich Benuzzi treffe, ist die Frage. Bums. Ja, da ist nichts dazwischen. Streut den jetzt? Alter, tatsächlich nichts. Benuzzi hat's echt Arsch. Erst voll eingegiftet und dann abgeschossen. Das ist unten nur mehr gelb. Und oben rot. Und in der Mitte grün. Let's go. Wobei, den kann ich jetzt kaum eliminieren, ohne mich mit zu eliminieren. Du kannst ein Loch nach unten sprengen. Oder nach oben. Oh Gott, die Gatling. Was? Wieso? Das ist so 360 Grad Gatling. Ah, die hat sich vielleicht umgedreht, kann das sein? Die kann sich so, die merkt das ja. Die kann sich drehen wie sie will. Ist ja unfair. Ist ja unfair. Ja. Da kommt noch ein Stück. Na los. Und trau dich. Woah, Glück gehabt, Glück gehabt. Nein! Mann, du hast aber einen riesen. Woher? Und, was Vernünftiges? Jetzt geht's hoch. Es reizt mir! Okay. Lass mich den von euch wahr. Ich schnauze voll. Und er tont da rum. Der Dings ist auch noch Geld. Ach. Ach, fuck. Benutzt das... Sei ein Ninja und benutzt das Seil. Hi! Das ist doch nur noch 5 Sekunden. ACH! Suuui! ボau! Sneaky Ninja Popsi. I'm gonna be first! I'm going you go first! But, wie treffen wir uns jetzt wirklich? Irgendjemand muss sich runter bohren, oder? Runterbohren klingt gut. Joker fang mal an mit Runterbohren. Ob ich aber voll eine Möhre da treffe? Den Ventilator pitzen. Könnt sich ausgehen. Boah. Krass. Steht ein Quilly da. Die Gatling Gang fliegt gar nicht mit, das wär lustig gewesen. Ich hab ja explodiert, ja. Schade. Ich hab da noch ein bisschen Schaden bekommen. Wie wundert, dass der Maiwurm jetzt so wenig Schaden genommen hat. Und dass da eine im Wasser steht. Da. Ja, aber echt. Das Loch ist nur ein ganz 10 cm weiter rechts. Wenn jetzt die Flut kommt. Wann kommt die Flut? Oh, 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 oh. Gelernt vom Malwurig. So. Ja. Immer auf die Stange. Die hat so ein schönes Loch gemacht für euch. Den Popsi lasst ihr da oben verhugern? Weißt du ja, der ist da ganz oben. Jetzt wird den Kumpel nicht drauf. Lieber erstmal die Stange einfetten. Könnte reichen. Fünf. Boah, okay. Das war viel. Nice. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viel Schaden macht. Mit dem könnte man den Leiter am besten erwischen wahrscheinlich. Mh. Außer der bringt den gar nicht zum Explodieren, so wie bei der Mine davor. Aber der ist weg, oder? Irgendwas hat ihn explodieren lassen. Ja, ich mache schon. Ähm. Ich hab weiter ein Magnet. Boah, du hast doch ziemlich viele. Na, na. Na, ist das Anzeige-filtert. Parking Interface. Parking Interface. Hitschi. Hitschi. Ein Maulwurf wär's jetzt. Ein Maulwurf wär's jetzt. Oh, oh. Waaah. Oh nein. Jawohl, Quinnis. Was ein Loch! Herr Anführer, der Quinnis. Das ist der wichtigste Wurm. Das Würmchen. Das Würmchen. Lass uns aber nicht... Lass uns aber nicht Millie hören. Lass uns aber nicht Millie hören. Milly und Vanilli Nimm mich Nimm mich jetzt auch wenn ich stinke Du triffst mich mit der Bazooka, war echt gut Ja, so mein ich schmal Nimm mich auch wenn ich stinke Denn sonst sag ich winke winke und goodbye Denn da drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schleppdürf Jetzt müssen wir uns halt echt irgendwie da rauf teleportieren, gell? Das hilft nix Und um Popsi kümmern Was? Nja, Frischfleisch, nja Mein Gott, was für eine sinnlose Kiste, die Licker nehmen sollen Gut zu wissen Ich glaub es wär eher günstig gewesen in die Mitte zu gehen Um von da aus eher hochzuschießen Da lohnt sich ja so ein Überfall nicht Wissen wir das auch schon mal Kuckuckuck Also der Quill hat nur mal 30 Leben, das stimmt aber du denkst das war dumm den hochzuschicken Ach Na, vorhin bist du da hochgekommen, oder? Nauze Ja, lass jetzt halt Du brauchst das gleich Du brauchst das gleich Alter Er hat schon zu fett angesetzt, war? Bei einer Stimme macht das die Ernst-Geräusche Ja Er hat den Fack Er hat den Fack Ja Jetzt 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 Muck da aber ein bisschen auf hier Lass das gleich Nein Weg damit Ja, da ist schon mal ein Loch Fuck Da hat jemand ein Loch in sein fachmännisches Loch gemacht Fuck Fuck Come on, Daddy Come on, Daddy Who's your daddy? Willi steht sicher hinter der Wand No Und hier ist der Herzblatt Nun dürfen sie sich entscheiden Diese rohe Gewalt einfach von diesem Boom Wenn sie Latorpilz mit Brachialgewalt Zerstören, alles zerstören Dominate Tschau Tschau Du Ein Gott wie Blödsinn Du Wie 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 Hast du den letzten Terminator eigentlich gesehen? Nein, leider nur nicht Hm 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 Kann sich sein Flüssig sein Wuhuh sandwich Hilli Hия Da verzieht sich die Fresse Wohder ist das Schaf Gibt mir Blumen Schöne Macht das scharf, oder? Wir haben kein Schaf mehr Hatten wir alles abgeklaut, weißt du? Das wird jetzt stressig. Gar nicht so schlecht. Aber falsche Richtung. Na links, da war der Wasserabgrund. Naja, dann hättest du mich doch da runterjagt. Jetzt mal lieber... Die stimmt, die stimmt. Das stimmt bei mir. Ach, hier, Amateure. Ich weiß nicht, dass derjenige, der die Granate in die Speise hat. Versucht's? Versucht das? Versucht das? Na? Na? Bohohohohohohohohoho, da bin ich selber überrascht. Und, dass fliegt ins Problem, Guys. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohoho, um war das jetzt der Wurm der Würmer der Quilly, gell? Genau! Der Wurm, der Würmer ist weg! Was ist denn das? Schießt die Säbe! Hihihihi! So, wie kommen wir jetzt so rauf? Ach, wie soll ich gegenseitig verschonst da? Wieder nur mit Zähneprochen! Und da, halt die Fresse! Teleport, oder wenn du ein Dings hast, einen äh, Jetpack in der ersten Reihe glaub ich Egal! Kohle, Kohle, Kohle! Na, wo darfst du denn sein? Der stirbt vermutlich eh auch wieder! Ein bisschen Fleisch brauch ich da oben! Drin, kelp, kelp, kelp! So, selber Fleisch... Fress ich auch selber auf! Gut. 57...Mhm... was haben wir denn da Watts? Ja eben! Nein, bleib oben! Flöde Kiste. Wie geht's mit der Walt? Was haben wir denn im Shop? Plopp plopp. Also du kannst den Shop in der Runde öffnen oder wie? Ja. Ich schon. Ja. Oder auch in der Runde was kaufen. Ähm. Hm? Jetzt muckst du auf. So, was mach ich denn? Hast du noch 25 Sekunden? Lass dich jetzt. Flieg einfach nach unten mit dem Jetpackchen. Erste Reihe ist es. Wolltest du die Werkzeugkiste da haben? Kannst du hier holen? Ja. Hast du bestimmt noch einen Fallschirm? Oh, ne doch nicht. Auch das auf jeden Fall. Ach, heimini. Oh oh. Au. 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 Bisschen an der Rosette gepürzelt. Hui. Das kitzelt aber. Das war aber schwach. Das war echt ein Filmschaden, ja. Das war echt ein Filmschaden, ja. Ich will gehen. Oh oh. Au. Au. Ich habe nicht Zeit für das. Hui. Ab und zu lohnt sich so ein Perspektivenwechsel. Das ist dummer, als wenn jetzt der Willi wieder stirbt, als wenn der da und seine gelbe Wurm da unten so behindert. Oh. Oh. Voll aufgeladen in die Fresse. Der Willi ist jetzt dran und kann mich wegdübeln. 38 gegen 38. Fight. Ja. Finish him. Mal kommst du also nah ran, ich will ja gar nichts verlieren. Hier mein Blümchen. Ich häng's dir, komm hier. Oder wie der Arni sagen wird, mach nen Finnen aus ihm. Das war schlecht. Ich hab ihn gut. So. 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 Oh, der war ja noch nur Dynamitstange. Obwohl, da könntest du selber mit draufgehen, wenn ich da kommst. Boah. Hui. Das hat gezwirbelt. Schön. Schön. Schön schön. Ah, das war der letzte Jogger? Okay. Ja. Der da oben hat noch so viel, der Ficker. Dein Ficker hat noch so viel, ja. So, jetzt könnte ich mich unsterblich machen. Wenn ich dir selbst wegjübelst, ja. Ja, komm da rüber hin. Hi. Mr. Leichtgewicht. Hi. Hi. Kleiner Hi-Tipp-Tipp. Ups. Da kommst du noch ein bisschen näher ran. Na, trau dich. Hahaha. Was wird denn das, wenn's fertig ist? So. Jetzt haben wir ein spannendes Duell. Links oben gegen rechts unten. Das kann er da haben, wie soll ich da gegenseitig? Wann geht das Wasser hoch? Ja eben. Knapp Minuten lang. Ne. Knapp Minuten lang. Ne. Knapp Minuten lang. Ihr war kein Teleboot mehr. Ihr kommt nicht einmal mehr raus. Aber du hast das Jetpack noch. Pfff. Hahaha. Oder du hast genug Geld, um dir was zu kaufen. Ja, so wie du, ja. Kannst du halt abheben. Wat? Wat? Was? Überspringen ist Verlusten. Ja. Ja. Jetpack, ich verschätze, ja. Oder den Telefon. Wozu runterkommen, Walvo? Habt ihr mal nicht so. Hat mehr HP und alles. Ne. Ich bleib hier oben. Ich dödel mir einen ab. Es endet sowieso wie der Kake. Ich seh sie jetzt schon kommen. Pfff. Wozu, was willst du denn überhaupt machen? Was ist das? Das ist das Jetpack. Ja. Du willst noch weiter nach oben. Zu dem ganz größten Spitzer da. Gibst du. Alter. Ja, jetzt komm ich überall hin. Oh man. Der Spitz hat mich da einfach genervt. Ich bin doch doch eh der. Der Mann. Eier. Die Videos verschieben sich. Wenn ich da raufkomme. Die nachfolgenden Videos verschieben sich um einen Tal. Ui. 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 Da, 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 da. Das Jetpack gefunden. Oh jetzt wird's lustig. Da brauch ich ja gar nix mehr machen. Ich komm jetzt nimmer rauf. Das ist schon vorbei. Klatsch. Klatsch. Ich hab's probiert. Jetzt. Nice. Welche Kisten nehm ich, Alter. Kannst du jetzt mit dem Fallschirm einfach schön runtergleifen. Warte mal. Ja, netter Versuch. Wieso? Hast du Angst? Bisschen. 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 Bisschen ist eh ne Etage mal tiefer. Bisschen. 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 Jawoll. 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 Meine Fresse war schieben. Hast du gut gemacht, Simon. Gratuliere. Sehr schön. Sehr schön. Herrlich. Kann man dann aufhören. Schöne Runde. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr mit dabei wart. Es war sehr lustig. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Nice. Zumindest einmal gewonnen. Schönes Ende. Joker hat auch mal gewonnen, oder? Ja. Oder zweimal? Ich hab zweimal gewonnen. Ach schön. Du hast zweimal gewonnen, Joker einmal und die einmal, oder? Dann müssen wir nochmal spielen. Wir haben ja sogar fünf Runden gespielt. Doch, das könnte sein. Fünfmal, glaub ich.